Nach seinem Besuch in der Ukraine setzt US-Außenminister Blinken heute seine Gespräche in Polen fort. Hier sehen wir ihn bei der Abreise aus Kiew. In der Hauptstadt Warschau ist zunächst ein Treffen mit Präsident Duda geplant. Später will Blinken dann mit seinem polnischen Amtskollegen Sikorski und Ministerpräsident Tusk zusammenkommen. Neben den USA zählt Polen zu den wichtigsten militärischen Unterstützern, der von Russland angegriffenen Ukraine. Das EU- und NATO-Land spielt zudem eine wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens für Kiew. Schon nach Moskau zugeschaltet ist unser Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, also weitreichende Waffen für die Ukraine und es gibt auch die Genehmigung, dann sie einzusetzen. Welche Gefahr stellt das tatsächlich für Russland dar? Also die Genehmigung, diese weitreichenden Waffen gegen das russische Kernland einzusetzen, steht noch aus, soweit mir das bekannt ist. Aber das Ganze wird stark diskutiert. Das hat auch nochmal Anthony Blinken jetzt in Kiew angesprochen. Im Kreml geht man davon aus, dass diese Genehmigung schon erteilt worden ist oder in ganz naher Zukunft erteilt wird. Also da macht man sich überhaupt keine Illusionen. Weitreichende Waffen gegen russisches Kernlast heißt, dass natürlich Waffendepots in Gefahr sind. Kommandopunkte, Luftwaffenstützpunkte, Raffinerien. All das kann und wird wahrscheinlich auch dann das Ziel der Ukrainer werden. Der Radius dieser Waffen, um die es geht, ist sehr unterschiedlich. Die Rede ist da von Attackams, amerikanischen ballistischen Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von ca. 300 Kilometern. Dann Marschflugkörper, britisch-französisches Storm Shadow, Reichweite bis zu 550 Kilometer. Und dann gibt es auch noch die Luftbodenraketen vom Typ CESAM. Da gibt es unterschiedliche Modifikationen, 300 bis 900 Kilometer Reichweite. Die werden abgeschossen von den F-16. Also man sieht schon, welcher Radius da den Ukrainern zur Verfügung stehen könnte in absehbarer Zukunft. Und das ist eine enorme Gefahr für die russische Föderation, für die russische Armee, für die Führung der russischen Armee, die ja überall im rückwärtigen Raum ihre Kommandopunkte hat. Und das Ganze war bisher alles so ca. 100 Kilometer entfernt von der Front. Jetzt müssen die Russen weiter, weiter zurück, was natürlich auch Probleme bereiten wird. Ganz neue Lage. Also dann, was glaubst du, wie wird Russland, wie wird Moskau reagieren? Da gibt es noch keine Position, keine definitive Position. Vor allem nichts von Wladimir Putin. Es gibt jetzt da aus der zweiten Reihe, wie zum Beispiel Vyacheslav Walodin, einige Reaktionen. Das ist der Sprecher, der Duma des Parlaments hier, auch ein wichtiger Mann, der sagt, man müsse dann von russischer Seite noch heftigere, noch schwerere Waffen einsetzen. Als Antwort Sergej Karaganov, ein sehr einflussreicher Politologe und Professor hier in Moskau, sagt, man müsse die Militärdoktrin ändern, um einen Präventivschlag durchführen zu können. Mit taktischen Atomwaffen sollte Russland mit solchen Waffen angegriffen werden, wie diesen Attackams, Stormshadows oder Chasms. Das sind zwei Stimmen, die hier Einfluss haben, was der Kreml tun wird. Als Antwort kann ich im Augenblick nicht vorhersagen. Das ist das Gericht Отide, der Kreml tunthirds, Branden in Moskau, das ist das Gericht auf demcher 좋아하는 1.0 Millionenlic Zillionen. Das ist das Gericht von Rihel, der Kreml hat belegt, weil es ein großes Dech habe in Moskau- und Team verliebt,